Was er will? Sie wissen schon, was das heißt. Ein bisschen sportliche Betätigung zur Gedächtnisstütze. Zehn Kniebeugen. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Neu platziert auf 70. Eddie Huntington mit rauf und runter. Ne, mit up and down. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rauf, runter, rauf. Ich würde sagen, es reicht jetzt, Herr Kolmos. Sie haben noch eine Chance, wenn Sie mir sagen, welche Top Ten jetzt kommen. Top Ten aus Amerika. Falsch.